Trübe Zeiten für Hausverkäufer in Meckenheim. Die Makler brauchen derzeit doppelt so lange, bis sie ein Objekt an den Mann gebracht haben, zum Leidwesen der Verkäufer. Hier stehen wir vor meinem Elternhaus, bzw. das war mein Elternhaus. Ich habe es jetzt kürzlich verkauft, habe das vor einem Jahr auf den Markt gegeben, allerdings auch unter dem Zugeständnis, dass letztendlich sehr viel Nachlass gegeben werden musste, damit ich das Haus überhaupt verkauft bekam. Kein Einzelfall, wie die Makler rund um Meckenheim bestätigen. Auch Christina Kaiser macht öffentliche Vorurteile für den derzeitigen Preiseinbruch verantwortlich. Es kommen einfach weniger Anrufe, weniger Nachfragen. Die Nachfragen, die kommen, sind schon am Telefon im Vorfeld sehr kritisch. Da wird schon direkt gefragt, wie ist das denn in Meckenheim? Können wir da überhaupt hinziehen? Wir haben Kinder. Ist das ein Problem? Wir lesen so viel in der Zeitung, hören im Radio, im Fernsehen. Das merkt man. Dabei hat Meckenheim das, was nicht nur junge Familien suchen, kurze Wege zum Einkaufszentrum, ausreichend Schulen und eine günstige Verkehrsanbindung. Potenzielle Hauskäufer haben also derzeit in Meckenheim gute Chancen, preiswert an ein eigenes Heim zu kommen. Die Auswahl ist groß. Dieses Haus ist der klassische Fall. Wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, um einen Käufer zu finden. Normalerweise ist ein halbes Jahr der Richtwert. Und auch hier hat der Preis dann um die 20 Prozent nachlassen müssen, um den Käufer zu finden. Auch in Meckenheim gibt es einen städtebaulichen Brennpunkt, der immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Die, die in der Stadt wohnen, aber fühlen sich hier sehr wohl. Ich bin hier der Hausmeister, betreue ca. 100 Wohneinheiten und habe hier ein vernünftiges Umfeld von Bewohnern. Also das, was mal so in der Zeitung steht, Kriminalität und hier Krieg und Krach, das ist wieder noch. Der Ruf hat in der Stadt zur Gründung eines Kriminalpräventiven Rates geführt. Hier wollen Verwaltung, Gerichte, Polizei und Bürgervertreter gemeinsam nach Lösungen suchen. Die Kriminalstatistik indes gibt außer ein paar spektakulärer Fälle nichts her, was Meckenheim besonders auffällig machen würde. Wenn Sie die Vergleichswerte sehen, auch zu den umgebenden Städten, sind die ähnlich. Wir haben in Meckenheim ein ganz besonderes Problem mit einer besonderen Szene. Und im Kriminalpräventiven Rat werden wir dieses Thema, das heißt, da geht es um Jugendkriminalität, da geht es um Kriminalität im öffentlichen Bereich, eben in vernetzter Form angehen. Auch wenn es faktisch keine Gründe gibt, der schlechte Ruf lässt die Grundstückspreise in Meckenheim sinken. Ein normales Reihenhaus, 20 Jahre alt, 140 Quadratmeter Wohnfläche, kostete 2007 rund 197.000 Euro. 2008 stieg der Durchschnittspreis um 8.000 Euro. In diesem Jahr weist die Statistik bereits den Rückgang aus. Der reale Marktpreis aber liegt deutlich tiefer. Er lässt sich auch für jede andere Gemeinde im Internet abfragen. Das Landesprogramm Boris gibt entsprechende Auskünfte. Ein normales Reihenhaus müsste in Meckenheim aufgrund der Verkaufsdaten der beiden vergangenen Jahre rund 200.000 Euro erbringen. Faktisch aber, so bestätigt eine Umfrage bei den Maklern der Region, liegen die Preise derzeit deutlich unter denen des Vorjahres. Die Meckenheimer Makler indes hoffen bereits wieder auf eine Beruhigung des Marktes. Denn mit der Zeit dürfte sich auch das hartnäckigste Vorurteil verlieren. Meckenheim sei ein gefährliches Pflaster.